Am Ziel seiner Träume nahm Jürgen Klopp jeden seiner Helden in den Arm, dann klopfte er sich vor der tobenden Fankurve immer wieder auf die Brust. Der deutsche Trainer hat mit dem FC Liverpool dank eines Blitztreffers von Mohamed Zelle und eines späten Tores von Diwek Origi endlich die Champions League gewonnen und sich selbst ein Denkmal gesetzt. Die Ritz entschieden das mäßige, aber spannende Finale gegen Tottenham Hotspur in Madrid mit 2 zu 0, 1 zu 0 für sich und stemmten zum sechsten Mal den begehrten Henkelpott in die Höhe. Zelle, zweiter, verwandelte schon nach 108 Sekunden einen Handelfmeter und traf Tottenham im mit 63.272 Zuschauern aus verkauften Stadion Wanda Metropolitano mitten ins Herz. Der frühere Wolfsburger Origi, 87. entschied die Partie. Die Spurs hatten erstmals in ihrer Vereinshistorie im Endspiel der Königsklasse gestanden, Liverpool gar zum zweiten Mal in Folge, jetzt stehen wir hier, haben, den Titel gewonnen und ich habe das Tor erzielt. Genau dafür spielen wir Fußball. Wir hatten einen starken Gegner, aber wir waren auch selbst stark, sagte Origi, der 2018 mit Wolfsburg noch in der Relegation um den Klassenerhalt gekämpft hatte, bei Sky. Torhüter Alison Becker meinte, unglaublich ein Kindheitstraum wird wahr. Davon werde ich noch den Kindern meiner Kinder erzählen, für Klopp endete sein Finalfluch. Zuletzt hatte der 51-jährige sechs Endspiele in Folge verloren, davon zwei in der Champions League. Der Sieg im wichtigsten Vereinswettbewerb Europas ist der größten Erfolg seiner Karriere. Erst als zweiter deutscher Coach nach Jupp Heynckes gewann er mit einem ausländischen Klub die Trophäe. Bei Temperaturen von 30 Grad begann die Begegnung spektakulär, nur 23 Sekunden waren gespielt, als Schiedsrichter Damir Skomina, Slowenien, nach einem Handspiel von Musase Sorko auf den Punkt zeigte. Selle nutzte die Chance und drosch den Ball trocken ins Netz. Auf der Bank jubelte Klopp nur verhalten, seine Hände verschwanden schnell wieder in den Hosentaschen. Hoch lebe Jürgen Klopp, im Grunde ist es ein normales Fußballspiel, hatte Klopp vor dem Anstoß bei Sky gesagt. Dennoch setzte er auf eine Startelf, die in keinem der 52 vorherigen Pflichtspiele zum Einsatz gekommen war. Vom Offensiv-Trio Selle, Roberto Firmino und Sadio Mane war allerdings nur wenig zu sehen. Auch das zweitschnellste Finaltor der Champions-Sieg-Geschichte brachte den Reds in der hektischen Anfangsphase nicht die erhoffte Ruhe. Stattdessen war Tottenham mindestens ebenbürtig. Die Spurs standen extrem hoch und zwangen die Reds mit Erfolg zu langen Bällen. Allerdings fehlten den Londonern Offensiv jegliche Ideen. Auch der lange verletzte WM-Torschützenkönig Harry Kane, der erstmals seit siebeneinhalb Wochen wieder auf dem Platz stand, hing häufig in der Luft und hatte bis zur Pause nur elf Ballkontakte. Für Kane hatte Halbfinalheld Lukas Moura auf der Bank Platz nehmen müssen. In dem von Taktik geprägten Spiel gab es folglich kaum Chancen. Ein Fernschuss von Liverpools Trent Alexander-Arnold rauschte knapp am langen Posten vorbei. 17. Andrew Robertson versuchte es mit Gewalt aus der Distanz. 38. Auf der Gegenseite fiel Ex-Bundesliga-Star Heung-Minson zumindest mit Einzelaktion auf. Spurs engagiert, aber ohne Fortuna die jeweils 16.000 Fans beider Klubs sorgten dennoch für Gänsehautstimmung, kein Vergleich zum dürftigen Europa-Liquet-Finale in Baku drei Tage zuvor. Schon vor dem Spiel hatten die Anhänger friedlich gefeiert, viele waren ohne Karte angereist. Auf dem Schwarzmarkt wurden bis zu 5.000 Euro für ein Ticket geboten. Geboten wurde den Fans aber auch in der zweiten Halbzeit zunächst nicht viel. Die Spurs strahlten nun zwar etwas mehr Gefahr aus, am Strafraum war aber meist Endstation. Teammanager Maurizio Pochettino ging schließlich höheres Risiko und brachte Stürmer Moura für den defensiven Mittelfeldspieler Harry Wings, 66. Die nächste Chance hatte aber Liverpool, als der eine wechselte James Milner aus 14 Metern das Ziel um Zentimeter verpasste, 69. Moura 80. vergab in der Schlussphase Tottenhams erste Möglichkeit der Partie, 5 Minuten später scheiterte Christian Eriksen mit einem Freistoß an Alison Becker. Let's block it's, why? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.